Musik Habt ihr eigentlich schon heute gesungen? Ja. Ja. Wir können das ja... Wie die Sonnenstamm zeigt, mal einfach eine Summe. Einfach ein Endsummen. Dann sieht auch keiner, dass sie klingelt und dann flammiert direkt noch nicht. Ich würde mal sagen, wir haben den Wiesenton. Okay. Wie ihr macht? Cool. Und gehen in der Mitte wieder für einen neuen Top Freestyle, ne? Ihr seid das Intro. Und immer mehr mehr werden. Wer ein Satz gehört für sich, dann ist wieder Instrumental und dann seid ihr keine Band. Ihr müsst euch nur diese Töne merken. Euer Ton raus! Okay, jetzt noch mehr zur Info. Dann können wir nämlich beide gleichzeitig. Klingt super. Toll. Arbeiten, arbeiten. Wenn du dein Bestes gibst und da ist kein Land im Weg. Und du bekommst, was du willst und es verhältst. Was ist verschwärts? Und ist der Schatt gewünscht, als was höchste Sonnenkling? Und du dich brauchst, warum bin ich? Und warum ich? So wie du fährst, mein Feuer wird dich wärmen. Du alles verlierst. Ich würd mich von dir entfernen. Und alles zerbricht. Ich wärme nicht jedes Hirn an. Für dich. Wenn du dich fragst, du haltest. Ich wärme nicht die Einheit.